Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man so eine Honigmelone bzw. auch so eine ähnliche Melone schnell und effizient richtig schneiden bzw. schälen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst brauchen wir mal ein Schneidebrett, unsere entsprechende Melone. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal an der Honigmelone, da diese einfach vom Aufbau her relativ ähnlich sind. Und dann auch noch ein scharfes Küchenmesser, denn mit einem stumpfen macht das Zubereiten einfach keinen Spaß. Jetzt erst einmal beide Enden von unserer Honigmelone etwas abschneiden, dass dieser Strunk hier einfach nicht mehr vorhanden ist. Und dann müssen wir unsere Honigmelone einmal längs halbieren. Wenn unsere Melone halbiert ist, können wir jetzt einmal mit einem Löffel hier das Innere, also nur diese Kerne, entfernen und am besten einfach mal in eine Schüssel geben. Hierbei jedoch darauf achten, dass man nicht zu viel Fruchtfleisch mit ausschabt. Das selbe Spiel mit der zweiten Hälfte jetzt auch. Danach müssen wir unsere Honigmelone noch etwas kleiner machen. Hierfür mit dem Messer erst einmal vierteln und dann diese geviertelten Teile nochmal halbieren, also sozusagen Achtel daraus machen. Nun muss ich noch das Fruchtfleisch von meiner Schale hier trennen. Die Schale erkennt man relativ gut an dieser kleinen Verfärbung hier. Und das mache ich jetzt, indem ich mit dem Messer von der einen Seite hier reingehe. Ich schaue natürlich, dass ich nicht zu viel Fruchtfleisch an meiner Schale dran lasse. Und kurz vor Ende kann ich meine Melone auch nochmal umdrehen, dass ich mir natürlich jetzt nicht irgendwie noch in die Finger reinschneide. Und schon habe ich meine Melone von der Schale gelöst. Zum Schluss können wir dieses Stück noch in kleine Würfelchen schneiden, was wir natürlich danach in eine Schüssel geben können. Und schon habe ich meine Melone somit richtig geschält und vor allem auch richtig geschnitten. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so ein hochwertiges Küchenmesser, Kochhandschuhe oder auch ein Profischneidebrett zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenersteller zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in einem Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten drunter gerne mal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020